Musik Die Twizels bei Eistanzen sind Drehungen, die die Sportler, also das Paar, parallel durchführen. Jetzt kommt die Twizelpassage, besteht aus drei Twizels hintereinander. Der erste, Schwierigkeitsgrad, zusätzlich mit Spielbein halten. Der zweite Twizel, auch von vier und halb Umdrehungen, Arme vorgestreckt, auch zusätzlicher Schwierigkeitsgrad und dritte mit Coupé. Das heißt, Spielbein war angelehnt auf dem Standbein und jeweils von drei und vier Umdrehungen. Eine Hebung bei Eistanz ist nur bis zu der Schulterhöhe erlaubt. Das Tanzpaar läuft jetzt das nächste Element, und zwar eine Tanzhebung. Die Partnerin darf nicht höher als Schulterhöhe sein. Es war ein schwieriger Eingang, Change of Pose, Landung auch schwierig. Und der Partner war die ganze Zeit in einer schwierigen Position. In Eistanzen, so wie Kunstlauf oder Paarlauf, gibt es eine gemeinsame Pirouette, gemeinsame Drehungen um mittlere Achse in drei verschiedene Positionen, Waage von Partnern als schwieriges Element, Sitz von beiden in schwieriger Position und steht beruerte von Partnerin in einem Split. Nicht ganz gelungen, aber es wäre dann der Schwierigkeitsgrad auf Level 3.